From my legs fly to the beat, the beat of the stereo, ain't nothing but the radio, ah, 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 ah Herzlich willkommen zu einem weiteren Live-Kommentary von mir und heute bin ich mal wieder nicht alleine, denn diesmal ist sogar der Adnan mit dabei Ja moin sind's meine Freunde Und sogar der Energy, ja moin Leute Zwei, eins, und wir machen jetzt einen Schildkröten-Team-Deathmatch, wir dürfen alle nur geduckt gehen und müssen das gewinnen Nicht rennen, Adnan Ja, sorry, Bruder Ist das langsam, Digga Oh mein erster, oh mein Gott, ich renne direkt, oh mein erster Kill, Bruder Schildkröten-Team-Deathmatch Darf man Dropshot, wenn jemand kommt? Ja Okay Man kann gar nicht aimen, wenn man nur, oh Gott, geht, Alter Man, ich brauche irgendeine Waffe mit Schaft, ich glaube, dann geht das besser Ha, hab ich Oh, er kommt von hinten, Mann Du kannst doch nicht wegrennen, du hast doch mal an Digga Das ist so schwer Ja, das ist nicht schwer, probiert das mal aus Oh, er ist hinter mir, oh, danke, Mann Ey, das regt so auf, ne, weil man nicht schnell ist, Alter Ich bin es nackt, an meinem Schuh geklebt, so sah das auch Ja, C4 Junge, das ist so schwer, ne, ich steh einfach 0 zu 3 Man kann doch nicht abholen, wenn man angehättet ist oder so Also Eck hier Da muss man sich einfach irgendwo verstecken, still, irgendwie Naja, schnell Alter, ich will die ganze Zeit rennen, ne Boah, shit, Digga Oh, Drohne, Jungs Ja, nice Nice Scheiße Digga, die sind hier irgendwo bei mir Oh, sind die oben? Ich glaube, die sind oben Ey, hinter mir kommt der Alter Blitzschlag, Ruhe, soll ich in der Ecke sitzen oder soll ich weiterlaufen? Äh, ich mein, krabbeln Krabbeln Kurz aus dem Fenster hüpfen Das zählt ja auch nicht So Nein, Blitzschlag und tot Scheiße, Mann, Alter Wir gewinnen Ich hab ein 2 zu 0, ich find die Gegner nicht, Mann Nein Ey, das ist auch ne Challenge für euch, wenn jemand das schafft Bis 75 Kills Also alle Kills müssen, nicht die Zeit abgelaufen, dann 75 Kills und das muss gewonnen werden Dann schickt das mal als Video an, ich nehm das dann an Dann ist das hier unter dem Video verlinkt Oh, shit, Digga What? Oh mein Gott Bruder, Alter, was ist denn das für ein Scheiß, Alter? Ich will rennen Nein! Nein, Mann, das bleibt nicht weg, Alter Du kannst auch Du kannst auch Du kannst kein Nachladen abbrechen Ah, ich bin gerade noch, wenn du Doch mit, äh, Doppel Dreieck Gumbel, Dora Gumbel, Dora Da oben ist der Oben, ne? Ja, da oben ist der Oben, ne? Oh, wie ich den gebumst hab Die denken sich auch, wenn das wie Idioten Boah, droh'n die Jungs Digga, ich kann die gar nicht so schnell besiegen hier Die Die kommen alle so schnell weg Und ich nicht Das ist Impact, klar, meine Boah, Konter, droh'n die Jungs Ist so, so spielen wir immer So machen wir auch unsere Nuklears halt Naja Triple Nuklear ist auch so gewesen Ah, shit, Mann Ja, immer wenn wir auf Tüben im Jungs spielen spielen, spielen wir so Ist halt immer schön sicher Damit wir nicht zu sehr rushen und, ähm Ey, ich hab gleich, ich hab gleich Ding, Orbi, ne? Lava Ja, Mann Chill kurz, kämpf einfach Nein, nein, eine Vorbi kommt, oh Mit KSG Oh Setz mich hier kurz in die Ecke Alter, ich will sprinten Nein Kurz verblüht, stark tot Na, wir stehen Erdner, du stehst voll gut, Alter Voll das Biest Ah, Bruder Allah Bist du schick, oh, mein Ge- Schildkröten-Biest, was los? Gegner rennen, was für Noobs Ist so, Mann Nein, nein, oh, warum bin ich gerannt? Ah Ich hab' mit Vollpfosten Weil er mich anhittet, Mann, da hab' ich Ey, die kennen wir selber Ey, wir haben schon 50 Kills, Freunde, es geht gut ab hier Bruder, Jungs Stark Konter, Bruder, Jungs Das ist der Doppelschuss Noch stärker Wir gehen hier links rum Okay, dann Die wollen mich jetzt neiten Ey, Scheiße, Mann Jo, ich geh voll ab Verdammt Ja, ich spiel auch noch mit der M8 Der hat mich auch gefickt Voll der Spaß Hast du das immer wie über die Straße zu laufen Voll gefährlich Ja, Mann Die laufen selber genug Ich bin jetzt im Dönerladen Hab Blitzschlag, Leute Ich geh hier die ganze Zeit geaimt rum, ne? Weil es macht ja keinen Unterschied Wenn ich die da oben im Haus erwische, das wär geil Aber ich musste erst mal reinkommen, so lahm wie ich bin Nein, ich hab aus wehen geschossen Boah, wie ich den gebombst hab, Alter Und die Gegner denken wahrscheinlich auch noch, wir spielen ernst vom Punktestand her Digga, ist da irgendwie runtergesprungen oder so Das Ding ist, ich kann auch gar nicht hinter irgendwas headwitchen, weil ich viel zu klein dafür bin Ohne Scheiße, probier das mal aus Das geht nicht, da schießt du gegen die Kartons Alter, fuck Ich hab gedacht, das ist so voll lame Ich nehm los damit, ne? Mh, hab ich auch Was, Digga, die sterben nicht Fuck Tüch, der holt euch beide, oder? Ne, der hat noch so einen anderen Bob geholt und einen anderen Gegner Yes Nice Killcamp, nein Ey, ich snipe jetzt, Leute Gehockt snipen, scheiße, man Ey, wir gewinnen hier ganz klar, hat er schickt, ein Team Deathmatch Das ist echt so Ey, Leute, rennen wir nicht weg, du homo Zack Oh, der war nice Rett nicht weg, ihr Pisse Ist doch So, Drohne am Start, Alter, 31,9 Ich spiel ja so besser als Normal Ja, Mann, Alter Sniper, oh mein Gott Ich kann ihn nicht kriegen, ich seh ihn nicht, er headglitcht Was? Scheiße, Digga Ah, den Marker Nein, er ist hinter mir Warte, last nice, komm, mit Sniper Nein Bruder, was ist Sniper, Alter Oh Gott, ich hab letzte 6 250 Likes fürs Spieltöten Team Deathmatch, was wir gewonnen haben Und wie gesagt, denkt an Videoantworten Applaus Applaus Applaus